Dr. Roger Federer, der Tennisstahl, erhält die Ehendoktorwürde der Universität Basel. Die Medizinische Fakultät würdigt damit seinen Beitrag, den Ruf von Basel und der Schweiz international zu melden. Roger Federer ist der beste Tennisspieler der Geschichte und er trägt den Namen seiner Heimmannschaft Basel in die Welt hinaus. Die Universität Basel verleiht ihm daher die Ehendoktorwürde, wie sie am Freitagmorgen bekannt gab. Ausgeteilt wird er von der Medizin-Fakultät. Roger Federer habe eine Frauenfunktion als Sportler, in der er viele Menschen weltweit zu mehr Bewegung anbieten und einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung leistet. Wie es in der Begründung der Universität als Zunehmtäter der Ruf von Väter steht fern und vorbildlich auf. Gewürdigt wird er zudem ein Autosomal für Kinder in Afrika im Rahmen einer Stiftung. ustedeslerin kl trous gemützieren prognospiel